In Tests waschen und trocknen die Bosch-Maschinen immer gut. Sie arbeiten sehr leise, verhältnismäßig energiesparend und sind einfach zu bedienen. Wir zeigen Ihnen die derzeit besten Bosch-Waschtrockner am Markt. Dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Bosch Serie 4 WNA 13440. Dieser Waschtrockner von Bosch punktet mit einer guten Ausstattung zu einem guten Preis. Bis zu 8 kg Wäsche können Sie mit dem Gerät waschen und dabei praktische Funktionen nutzen, die Zeit- und Energieverbrauch optimieren. Unter anderem sparen Sie mit der bewährten Speedperfect-Einstellung bis zu 65 % an Waschzeit. Für das reine Trocknen haben bis zu 5 kg Platz, wobei Sensoren für Feuchtigkeit und Temperatur dafür sorgen, dass Ihre Textilien schonend und präzise zum gewünschten Grad getrocknet werden. Wenn Sie waschen und trocknen kombinieren, dauert das naturgemäß relativ lange, 450 Minuten. Haben Sie gerade wenig und nicht zu stark verschmutzte Wäsche, steht Ihnen aber ein Kombischnellprogramm mit 60 Minuten Dauer zur Verfügung. Bei Nutzern kommt der WNA 13440 sehr gut an und wird beinahe durchweg weiterempfohlen. Das zweite Produkt ist Bosch Serie 6 WDU 28512. Dieser Waschtrockner von Bosch Punktet mit einer guten Programm- und Optionsauswahl sowie der Möglichkeit, ihn aus der Ferne per App zu steuern oder mit Ihrem Smart Home zu vernetzen. Als Highlight ist unter anderem das Automatikprogramm für bis zu einem Kilogramm Beladung zu nennen, mit dem Sie innerhalb einer Stunde Ihre Wäsche fertig aus der Maschine nehmen. Zeitsparend ist auch die Refresh-Option, die Ihre Kleidung in 30 Minuten glättet und auffrischt. Moderne Standards wie Mengenautomatik und Endzeitvorwahl sind ebenfalls integriert. Sie bedienen das Gerät mittels beleuchteter Programm-Tasten oder per App aus der Ferne. Leider ist das Modell nicht sehr energiesparend und wird mit einem Wasserverbrauch von stolzen 30.000 Litern pro Jahr nur in Klasse B eingestuft. Der nächste Produkt ist Bosch Serie 6 WNG 24440. Mit dem WNG 24440 der Serie 6 von Bosch sind Sie für den höheren Waschtrockenbedarf gut aufgestellt. Wie bei Kombigeräten üblich, ist der Zeitbedarf grundsätzlich höher. Sie können das aber mit mehreren Optionen verbessern, die bei reinen Waschmaschinen des Herstellers beliebte Speed Perfect-Einstellung steht Ihnen auch hier zur Verfügung und verkürzt die Waschzeit um bis zu 65 Prozent. Für wenig Beladung gibt es ein Waschtrockenprogramm, das unter einer Stunde fertig ist. Sensoren sorgen für das präzise Ergebnis von Bügel bis Schranktrocken. Unter den Extras finden Sie eine Fleckenautomatik, die Blut, Rotwein, Fett und Grasflecken entfernt. Wenn Sie es optisch gerne heller haben und auch gute Sicht auf den Trommelinhalt wollen, wäre das baugleiche Schwestern-Modell mit Innenbeleuchtung eine Alternative. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Bosch Serie 6 WKD 28542. Dieses Modell der Serie 6 von Bosch ähnelt sehr stark dem hausinternen Kollegen von Siemens. Wenn Sie nur einen kleineren Haushalt mit bis zu drei Personen führen, sollte das Fassungsvermögen von 7 kg waschen bzw. 4 kg trocknen ausreichen. Für die praktische Auto-Dry-Einstellung müssen Sie letzteren Wert berücksichtigen, bekommen aber dafür die fertig nach Wunsch getrocknete Wäsche. Bei Zeitmangel können Sie für bis zu 2 kg Wäsche ein 15-Minuten-Programm wählen. Eine weitere Spezialoption ist das Sportwäscheprogramm, das für leicht verschwitzte Textilien energieschonend arbeitet. Der Waschtrockner ist bereits im Normalwaschgang sehr laut. Das können Sie mit der Option Schnellmix leise etwas erträglicher machen. Eine Steuerung per App ist nicht vorgesehen, was bei dem aufgerufenen Preis eigentlich etwas verwundert. Undefined Die Vielen Dank.